diese absen da unten dieser am Tag durchspielen das ist einfach so wenn wer auch immer FIFA an einem Tag durchspielt der ist entweder Süchti oder ein Volkprofi wobei das ist dämlich denn der Neue hat gerade es gibt verschiedene Stadien also oh man das verschiedene Stadien gibt also der beim normalen Modus beim Stadion haben das wird dann später im Karriere Modus sein ich hab das echt lange auch nicht in diesem Modus gespielt ich hab das bei FIFA 12 lief und nett aber das lief und nett das reicht auch das reicht auch völlig ah schöner Trickvolumen ist eher wichtiger als alles andere und der nächste Treffer für Chelsea und ja jetzt verrenne dich nicht an der Wand aber wir haben es versucht auf schwer also das darf man das darf man auf und 1-0 für die Arabia 2 Tore Front 2 Tore Front oh je das so jetzt sind sie noch ein Tor im Front erst recht mal der Torhüter da lag und sich gedacht hat ach du scheiße der war ja schon drin ne und dann lag er doch noch nicht schön Schade so ne hat ihm Stand gemacht ja schönes Ding und das haste schön gemacht das schöne Stadion ist schönes Abstauber Tore jetzt du jetzt du es auf Skill, Skill, Show me, Show me Goal schönes Tor mit einem Tor ja hm reingelaufen das ist ja auch ein Tautdien und getroffen und getroffen ja die Power Up sieht man unten die Leer ladlich Schieferschuss und ja 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 wird überrannt eine einfache Aufgabe ist es trotzdem jetzt ist erledigt der Ledi wollt ihr mir das auch unten in die Kommentare schreiben falls ihr dazu Zeit habt und ihr selber wisst dass das äh wie das jetzt passiert ist das sind blockierte Schuss ich weiß echt nicht ob wir wie Aufgaben haben wir zwei erledigt joa natürlich dann auch kein Gegenteuer zu kassieren aber das ist halt so so was ist das jetzt war das jetzt einer war es nicht einer ich weiß es gar nicht huuuu da war Trump also Muncheler haben sie hingestellt ja das war ein Dämmiges Gegentor und den haben sie hingestellt hüffelt es ooooh 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 Das widerspricht das, was ich sage. Könnes Ding. Oh Mann, warum machst du den vorrückst hier und ich? Ja! Das ist er! Das ist er! Da haben wir ihn endlich! Geht doch! Den Ausgleich haben sie verdient. Dann, nein! Komm, 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 komm! Das ist nämlich die gerne große Ich hoffe, dass der den Modus jetzt, ich glaube, ich glaube jetzt unbedingt jetzt der Nachteil da ist, dass wenn du einen treffst, dann und ich werde vorher auch nicht fertig sein, oder doch? So, der Ausgleich wieder, wieder, äh, rangekommen Hat er auch gegen den Arm gekriegt, das ist auch egal So sieht das aus So und Ja, man darf sich nicht immer damit anlegen, aber ich leine, okay, komm, mach Ja, gut Gut, 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 gut Dauert zweimal, ist ein bisschen, aber es ist schön, wenn es hier zum Zuschauen wäre, dann könnte man ja eine Liga erstellen, zum Beispiel Einen ganz schönen Teil Und Außer sie treffen nochmal, dann müssen wir jetzt noch zweimal treffen Appel und, äh, äh, Sam, Sam, Dora, äh, Genua Ja, so ist, wo, äh, äh, nein, nein, wow, das war jetzt zum Beispiel für den Körper ganz klar geblockt Das war zum Beispiel, jetzt habe ich, äh, jetzt hätte ich erst, eher Skorpion Kick genannt wird Und dann haben wir nochmal getroffen Das ist super Riener und, ähm, ja, Wimbledon Ah, effizierter Seite, äh, ich bin jetzt in die letzte Zeit umgezogen Deswegen habe ich sehr viel aufgenommen, bis das Spiel ging West Brom Das hatten wir, hatte ich alles, das habt ihr vielleicht schon im letzten Spiel gesehen Aber offiziell noch nicht Dementsprechend hatte ich jetzt kein Internet, kein, äh, ja, Fernsehen War jetzt dann knapp drei Wochen Drei Wochen ohne Fernseher und ohne Internet Nicht, weil ich mich jetzt so unbedingt zu spät darum gekümmert hätte oder so Nee, nee, das, die Sache ist die Ich bin ja, ist ja alles supi und hat auch alles soweit funktioniert Äh, Kundenservice auf jeden Fall So, hab ich gedacht, Kabel Deutschland 18.11. ist heute echt, ja, heute ist 18.11. Ähm, war es zumindest wert Das ist auch umso interessanter Ich glaube, dieses mit dem, wie Kabel Deutschland das bis heute nicht hingekriegt hat Mir den Receiver zu senden Ja, so war es eigentlich nicht Also, auch, also, ja, das ist ja jetzt halbe Urschandendreck Okay, muss nicht gemacht werden Das war schlecht Yeah, aber jetzt hat die, wie Kabel Deutschland das bis heute nicht hingekriegt hat